Zwischen dem Jura-Gebirge und dem Schweizer Altmeer streckt sich in rund 100 Metern Tiefe ein Labyrinth aus Wissenschaft und Technik, der Teilchenbeschleuniger des CERN. Ein technisches Meisterwerk der besten Wissenschaftler aus aller Welt, das Grenzen verschwimmen lässt und das Unsichtbare sichtbar macht. Seine Aufgabe? Nicht weniger als die Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums. In dem 27 Kilometer langen Tunnel beschleunigen winzige Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit, kollidieren in einem flüchtigen Augenblick, enthüllen die Bausteine der Materie und gewähren uns Einblicke in die ersten Momente nach dem Urknall. Hier, wo Kreativität auf Technologie trifft, sind wir von Feuerherd stolz darauf, seit Jahren ein Teil dieser beeindruckenden Geschichte zu sein. Mein Name ist Alexander Singer, ich bin Geschäftsführer der Feuerherd GmbH. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von EMV-Kontaktfedern, die weltweit in den verschiedensten Hochtechnologieprojekten eingesetzt werden. Die Entwicklung der Klemmfedern, die im CERN Teilchenbeschleuniger eingesetzt werden, war dabei eine besondere Herausforderung und ein echter Höhepunkt für uns. Am CERN werden einige der komplexesten Experimente der Welt durchgeführt und wir sind stolz darauf, dass unsere Federn dazu einen Beitrag leisten. Wir arbeiten eng mit den Wissenschaftlern und Ingenieuren vom CERN zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Federn perfekt den Anforderungen entsprechen und perfekt integriert werden können. Diese enge Kooperation und das gemeinsame Streben nach Perfektion ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Unsere speziellen Federn sind ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil des Teilchenbeschleunigers. Von der Zeichnung über die ersten 3D-Modelle bis zur Lieferung einbaufertiger Federn war es ein spannender Weg, den unsere Bauteile von der Idee bis zur Realisierung zurückgelegt haben. In enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern des CERN entwickelten wir so Schritt für Schritt die maßgeschneiderten Federn für den Teilchenbeschleuniger. Mein Name ist Cedric Garion und ich bin Produktingenieur für das Kollisionsstrahl-Vakuum-System des LHC. Die Zusammenarbeit mit Feuerherd war sehr gut. Wir standen im ständigen Austausch und haben gemeinsam daran gearbeitet, dass unsere Produkte so gestaltet werden, wie wir sie benötigen. Ich kann sagen, dass unsere Erfahrungen äußerst positiv waren. Im Rahmen des LHC-Projekts mussten wir zwei kritische Komponenten in das System integrieren. Einerseits die RF-Streifen, die sehr anspruchsvoll sind und hohe Anforderungen an den elektrischen Kontakt erfüllen müssen. Andererseits den sogenannten Pumping-Slot-Shield, der die Energie von Elektroden abfängt, um eine Wärmeübertragung zur Masse zu verhindern. Hier war es entscheidend, dass die Kontaktfedern zwischen den Pumping-Slot-Shields und den Kühlrohr äußerst präzise und passgenau sind, um diese Anforderungen zu erfüllen. Kooperationen wie diese sind extrem wichtig für uns, da sie es ermöglichen, Produkte genau auf unsere Bedürfnisse zuzuschneiden. Unsere Techniker müssen sehr eng mit den Firmen zusammenarbeiten, um genau passende Bauteile zu erhalten. Eine konstante und gute Zusammenarbeit ist daher unerlässlich. Einer der kritischsten Aspekte an diesen Pumping-Slot-Shields ist die Passgenauigkeit an den Kühlrohren. Die Aufgabe des Elektro-Shields besteht darin, die geladenen Elektronen abzufangen und die Wärme an den Kühlkreislauf abzuleiten. Damit das möglich wird, verlassen wir uns auf die äußerst genaue Passform zwischen dem Pumping-Slot-Shields und dem Kühlrohr. Genau deswegen sind die mechanischen Toleranzen der Pumping-Slot-Shields auch so entscheidend. Wichtig für uns ist, dass unsere Partner unsere Bedürfnisse verstehen und bereit sind, ihre Standardprodukte entsprechend anzupassen und zu optimieren. Oft müssen Produkte modifiziert werden, da wir sehr spezielle Komponenten benötigen. Die Zusammenarbeit zwischen CERN und den beteiligten Partnern ist hierbei besonders wichtig und lief im Falle von Feuerherd äußerst positiv. Ob völlig neuartige technische Innovationen und Entwicklungen oder die steigenden Anforderungen unserer Kunden, wir sind darauf vorbereitet, immer die perfekte Lösung zu liefern. Wir werden die Herausforderung annehmen und unsere Position als führender Anbieter von EMV-Kontaktwiederlösungen weiter ausbauen. CERN ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Entwicklungskompetenz bei komplexen Sonderanfertigungen, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Besuchen Sie unsere Homepage und kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.